willkommen zu einem neuen video und heute geht es mal um die seite hit btc und auf dieser seite könnt ihr ganz einfach kryptische währungen also bitcoin eta und so weiter pauschen handeln wie auch immer ihr es nennen wollt und bevor wir jetzt anfangen wie das ganze so funktioniert und was man so am besten macht und die ganzen wichtigen sachen eben will ich erst mal erklären dass es hier ein referal programm gibt das heißt wenn man jemanden wirbt kriegt man einen bonus dafür das heißt wenn ihr zu meinen link benutzt in der video beschreibung gibt mir die seite 50 prozent bonus einfach so umsonst ihr habt keine mehrkosten ihr tut mir was gutes damit ohne irgendwie ja einen nachteil dadurch zu haben deswegen ist echt cool wenn ihr meinen link benutzen würdet weil ein video ist auch immer ein gewisser aufwand und würde mich auf jeden fall sehr freuen und vielen dank auf jeden fall wenn du meinen link benutzt und ja machen wir einfach mal weiter wenn ihr jetzt auf dieser seite seid neu ich verstehe es ihr werdet hier überhaupt nichts verstehen was hier überhaupt passiert und bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen können müssen wir erstmal irgendwie geld auf diese internetseite bringen sage ich mal wenn wir hier gehen auf adfund also das soll das einzahlen praktisch symbolisieren und ihr seht jetzt hier wir können hier alle möglichen währungen einzahlen wirklich alles mögliche und wenn sie zum beispiel sagen wir wollen adx einzahlen keine ahnung was das überhaupt ist aber auf jeden fall wir wollen es einzahlen weil wir es in unserer wallet haben oder was auch immer geht ihr auf dieses plus für fund so einzahlen ohne könnte hier create new wallet address drücken dann wird eben eine neue wallet das er erstellt die bezahlt ihr einfach irgendeinen betrag den ihr da einzahlen wollt und dieser betrag landet dann nach ein paar minuten oder nach ein paar stunden je nachdem manchmal gibt es ein bisschen zeitprobleme bei bitcoin im moment zum beispiel ein besser dauert es manchmal etwas und damit könnt ihr eben in diese seite einzahlen dann habt ihr das geld hier im main account und denkt ihr euch so irgendwie habe ich kein geld mit dem ich handeln kann ja ist eigentlich ganz einfach ihr müsst dann hier auf transfer gehen wenn ihr das geld mit dem pfeil hier oben in den trading account verschieben und dann damit handeln ihr könnt alles rüberschieben oder auch nur einen bestimmten betrag das kann man ein tippen leider habe ich jetzt kein geld im main account deswegen geht das ganze nicht und jetzt sagt ja ich habe jetzt gut gehandelt ich habe gut gewinn gemacht jetzt will ich das ganze aber wieder auszahlen wollen geht ihr auf transfer den pfeil zurück habt ihr main account können hier auf lift war gehen also auszahlen gibt hier den betrag allen hier werden euch dann die gebühren angezeigt und hier geht ihr eure wallet adresse ein wohin das geld verschickt werden soll ganz wichtig für die die es nicht wissen ja ihr braucht natürlich eine wallet adresse von dieser währung allgemein empfehle ich es in bitcoin oder eta das ganze zu machen sprich jetzt halt in bitcoin oder eta ein was ihr bei coinbase kaufen könnt ich werde euch zu coinbase noch einen link in die beschreibung stellen wo ich auch einen kleinen bonus krieg wenn ihr dort bitcoin oder eta kauft habe ich also ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem kaufen beschäftigt und wenn ihr jetzt vorhattet bei any coin oder so bitcoins oder eta zu kaufen macht lieber bei coinbase es funktioniert auf jeden fall und ja es ist auf jeden fall der bessere wechselkurs wie ich jetzt so überall nachlesen konnte und ich kann es auch bestätigen ich habe ausgerechnet wie der kurs zu dem zeitpunkt war bei any coin hätte ich auf jeden fall ein bisschen weniger bekommen deswegen benutzt auf jeden fall dann wenn ihr bitcoin oder eta oder ltc kaufen wollt am besten coinbase kann ich auch mal zeigen wie das ganze dann so ungefähr funktioniert weil das ist auch nicht so ganz also es ist nicht 100 prozent einfach für jeden aber wenn man einfach liest was also was man machen soll dann sollte es jeder auf jeden fall hinkriegen ja auf jeden fall wenn jetzt eingezahlt habt gehen wir in den normalen bereich sage ich mal in den handelbereich wir sehen jetzt mal links oben hier diesen kasten erst mal so okay wir sehen so den kurs wir sehen hier unten die tage weil wir aktuell eher gesagt die wochen weil wir in der wochenansicht sind auch auf die tagesansicht gehen dann sind wir hier immer in solchen abständen den nächsten tag persönlich finde vier stunden ansicht immer am besten weil dann kann man eher gucken wie ist der kurs im moment weil wenn ihr die tagesansicht habt dann seht ihr wie der kurs vom siebzehnten war bis zum zweiten september macht nicht unbedingt so viel sinn aber man kann auch die einstunden ansicht nehmen wenn man dann gerade live weil der kurs gerade extrem schwankt oder weil man live sehen will was mache ich jetzt am besten wenn ihr wirklich genau sehen wollt was genau in diesem moment passiert nehmt in eine minute kurs dann seht ihr genau es ist kurz nach oben gegangen aber auch wieder nach unten aktuell wenn ihr das ganze jetzt in der tagesansicht macht dann seht ihr gar nicht dass es gerade wie nach unten geht es geht hier minimal nach unten aber ihr seht nicht dass es gerade noch weiter nach unten geht deswegen da muss man einfach ein bisschen genau gucken bei der vier stunden ansicht sehen wir jetzt auch gut dass es ein trend ist der nach unten geht sozusagen soviel erstmal zur ansicht wie das funktioniert wenn man den instrumenten übersetzt haben wir einmal bitcoin äther fiat ico und die favoriten die favoriten könnt ihr hinzufügen wenn ihr hier auf diesen kleinen kreis klickt der wird dann so weiß wie man hier sieht wir können jetzt einzahlen allgemein alle währungen ja aber hier braucht ihr eben dann bitcoin oder äther um diese einzelnen währungen immer zu kaufen die sich dann hier in diesem soweit gescrollt die sich in diesem bereich befinden und wenn die eben zu den favoriten hinzufügen wie gesagt und das sind so die haupt dinge mit denen man sich eigentlich beschäftigt wir haben jetzt noch fiat das kauft man mit was kauft man das ich weiß nicht ich glaube man kauft es auch mit bitcoin oder so mit fiat habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigen nur bitcoin und äther deswegen bitcoin äther ist eh so für einsteiger hier ich denke das wird eh zu kompliziert bei eq ist es so hier sind so ein paar währungen die einfach noch nicht öffentlich sind ja man diesen preorder status mit dieser uhr teilweise kann man es empfehlen sowas zu kaufen wenn wirklich die entwickler was großes ankündigen so ja das wird das neue bitcoin was auch immer und es wird mega gut und wir wollen es in den und den märkten bringen und dann kann es durchaus sein dass es dann am ende viel geld sein wird ja gesagt mit fiat habe ich mich noch nie beschäftigt aber soweit ich jetzt ungefähr so weiß kann man beides hier auch mit bitcoin kaufen und ja dann sind aktuell meine favoriten was ich so im auge behalte im moment zum beispiel xrp wir sehen gerade aktuelles steigt glaube ich wieder ein bisschen ab nein es hält sich im moment eigentlich ganz gut und dann sehen wir hier eben auch wie es sich verändert hat von einem gewissen zeitraum ob es gestiegen ist ob es gleich geblieben ist ob es gesunken ist und wir sehen auch immer hier die währung strich btc oder strich eth was heißt das natürlich xrp die währung und die kann man eben mit bitcoin kaufen zum beispiel jetzt hier bei dice kann man mit etha kaufen das soll das ganze einfach symbolisieren und ist denke ich mal relativ verständlich wir haben jetzt hier kauffunktion und die verkauffunktion die verkauffunktion ist relativ einfach ihr müsst einfach hier eigentlich nichts machen ich würde hier oben nichts umändern ich habe mich noch nie mit den anderen funktionen beschäftigt ich habe sie mir mal zwar durchgelesen aber irgendwie erscheinen sie für mich nicht wirklich sinnvoll und war mir einfach zu aufwendig ja jetzt nehmen wir mal an wir wollen irgendwas kaufen jetzt können wir hier unten schauen ins orderbook wo man sieht was gerade für welchen preis gekauft wird werden will oder verkauft werden will zum beispiel hier will also wollen leute zum beispiel ein xrp für 0,0005 ich habe bestimmt gerade 0 vergessen aber egal und es wollen leute für 5011 kaufen klar der wert ist gerade wieder gestiegen es steigt und verändert sich halt wirklich jede sekunde kleiner tipp wenn der abstand zwischen kaufen und verkaufen extrem groß ist sprich eine komma also eine zahl unterschied dann uns allgemein sich so nichts tut gerade auf dem markt würde ich nicht unbedingt empfehlen es zu kaufen weil es dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich ja naja relevant ist und es gerade einfach jemand haben will oder verkaufen will für den preis und dann bringt es auch nichts davon irgendwas zu kaufen außer es wäre gerade super billig und ist total abgestürzt und man glaubt es geht wieder hoch das ist halt so eine sache dann auf jeden fall sagen wir wir wollen jetzt xrp kaufen und jetzt entweder einfach das hier anklicken von jemandem der kaufen will und praktisch für den gleichen preis einfach angeben wie viel ihr kaufen wollt und dann könnt ihr es eben kaufen ihr könnt aber auch sagen so ja der preis also irgendwie passt der mir noch nicht so ganz ich hätte sie war für was weiß ich 4,9 oder jetzt in dem fall machen wir es einfach so dass wir es nicht kriegen einfach nur zu demonstrieren aber ich hätte für den preis ja aber ich hätte dann halt gern was weiß ich 50 stück davon oder sagen wir 10 oder 1 wie auch immer da geht auf buy limit hier wird das ganze hier in meinen orders also in meinen aufträgen hinzugefügt für den preis ich will ein xrp kaufen für den preis nicht jetzt mehr als einen ausgewählt hätte würde ich hier den gesamten betrag sehen wir sehen hier nur den preis pro ein xrp unten sehen wir dann den gesamtpreis jetzt unten sagen es ist mir zu teuer ich will lieber einen anderen betrag wie 1 0 0 dann wird oben also hier im normalfall eigentlich immer der betrag geändert die sache ist jetzt bei xrp ich glaube niedriger als 1er schritte geht glaube ich gar nicht kann das sein deswegen können wir jetzt auch nicht in die kommastellen gehen ist vielleicht eine schlechte währung um es zu zeigen bei was müsste es auf jeden fall gehen wenn wir jetzt sagen ja wir wollen das kaufen und sagen wir wollen es für den preis kaufen aber es ist irgendwie zu teuer und wir wollen es nicht ewig rumprobieren bis wir mit dem mit der anzahl die wir haben wollen dann den preis erreichen das problem kann einfach unten die zahlen ändern und oben ändert sich dann automatisch die anzahl die wir kaufen um dass wir eben nur das ausgeben was wir ausgeben wollen und wir würden es halt trotzdem für den preis kaufen den wir hier eingeben und den wir hier ausgewählt haben man kann es auch so machen dass man einfach den preis reduziert bis es insgesamt passt also den preis pro einem von dieser währung zum beispiel aber ich finde so ist es komfortabel ihr könnt sagen ja ich will es für 258 kaufen ist mir jetzt irgendwie viel zu teuer 100 ja ich komme irgendwie nicht auf den wert den ich haben muss um es mir kaufen zu können könnt ihr unten einfach das ändern und dann ja so die einfachste lösung weil am anfang habe ich so gemacht habe oben immer angepasst mit 10,11 oder wie auch immer bis es halt gepasst hat aber es war auf jeden fall total schwachsinnig weil es war einfach total aufwendig und irgendwie total blöd wenn ihr es gekauft habt müsst ihr es wahrscheinlich erstmal längere zeit behalten gucken wie es hochgeht in dem fall hier passt es gerade bei 2,4 ich habe es viel teurer gekauft wie wir sehen ich dachte so ja komm das steigt bestimmt wieder hier für 0,0005 total die katastrophe aber davor haben wir schon mal gewinn gemacht als es mal kurzzeitig auf 1 irgendwas gestiegen ist habe ich immerhin schon mal so was weiß ich ein paar prozent gewinn gemacht also schon relativ viel eine empfehlung ich persönlich würde immer warten bis es mindestens hier also allgemein zahlen gestiegen ist es macht keinen sinn wenn hier diese praktisch diese nachkommastellen gestiegen sind weil habt ihr zu wenig gewinn wartet schon bis sie so umgerechnet so fünf also mindestens fünf prozent gewinn gemacht habt wenn euch das reicht oder halt so bei 20 25 ist eigentlich so relativ gut weil wenn man da dann aussteigt dann hat man guten gewinn gemacht so ein viertel ungefähr und es kann zwar noch höher gehen aber ich habe mich schon oft echt geärgert dass ich es nicht ausgezahlt habe und danach wieder komplett gesunken ist oder noch weiter nach unten deswegen seid nicht zu gierig und zahlt lieber früh aus ist so eine kleine empfehlung von mir und einfach sagen kaum ist egal ich weiß es wird irgendwann hochgehen egal ob es in einem jahr ist in monat in der woche völlig egal ich will es jetzt noch nicht für den preis hergeben könnt ihr auch machen dann könnt ihr einfach warten bis es sich verdoppelt hat oder so viel erreicht hat wie ihr wolltet und könnte dann verkaufen wie es verkaufen geht ist relativ einfach ihr gebt hier ein wieviel verkaufen wollen was weiß ich ähm fünf dann gibt ihr eben betrag ein ich sag jetzt mal übertriebenen betrag dass es niemand kauft und ihr könnt jetzt hier wieder genauso mit dem totalen wieder anpassen wieviel ihr wollt dann könnt ihr einfach hier was weiß ich eine 1 rein machen damit hier auch der betrag angepasst ist relativ praktisch und in der mitte wie gesagt ist immer der preis per einen von diesem coin wir sehen es hier und ihr könnt aber auch bei den meisten auch nur 0,5 verkaufen kaufen ihr könnt eigentlich immer relativ viele nachkommastellen machen also jedenfalls jetzt zwei stück ja mehr geht leider nicht und ja das ist so das verkaufen und kaufen ich weiß es ist am anfang extrem komplizierter reinzukommen aber probiert es einfach ihr könnt hier einen demo account erstellen mit dem ihr das praktisch nur simuliert in dem könnt ihr mal ausprobieren ob das ganze für euch funktioniert und die sache ist ihr müsst es also ihr müsst das ganze jetzt ja nicht für diesen preis verkaufen wir können hier einfach einstellen so wie ich jetzt hier übertrieben 0,0258 dann wird es erst dann verkauft wenn irgendjemand entweder euch anklickt hier und das dann so kauft oder wenn er einfach das gleiche gebot eingibt zum kaufen und ihr zufällig diesen betrag hat also was heißt zufällig und dann wird es eben praktisch an ihn verkauft ganz einfaches prinzip das ist wie ein angebot reinstellen wenn jemand anderes das dafür bietet oder halt ja oder ganz einfach ja wie soll man es sonst erklären wenn einfach jemand das dann bietet dann wird es eben verkauft an ihn deswegen würde ich persönlich immer empfehlen macht nur zum notfall wenn ihr mal ein paar tage nicht online sein könnt einfach so ein ja so eine art sicherheitsding dass wenn es plötzlich verdoppelt wird warum auch immer dass ihr einfach so ein notfall verkaufsding drin habt dass es dann auch für den preis verkauft wird wenn das gerade viele leute kaufen und dann macht ihr gewinn obwohl er gar nicht da war das ist einfach nur so als notfall damit ihr gewinn macht wenn es mal kurz oben wart vom wert aber ihr es gerade nicht mitgekriegt habt dann habt ihr es trotzdem verkauft sonst bleibt ihr darauf sitzen und vielleicht sinkt es dann total ab wieder und dann war es auch ziemlich blöd ja deswegen ist es ganz praktisch dann diese schutzpuffer einzurichten ich habe jetzt hier auch was bei was eingerichtet für jetzt habe ich hier 0,00053 warum 0,53 weil ich es teilweise für 2,8 gekauft habe und für 3,4,7 da habe ich es dann schon muss man sagen fast verdoppelt gleich hier habe ich 5 extrem teuer gekauft aber es sind nur 5 stück und die kann ich ja trotzdem noch teuer verkaufen weil ich verkaufe hier nur 200 und ich habe ja noch 100 die ich billiger gekauft habe immer noch und diese 5 sind jetzt nicht so tragisch die kann ich auch noch irgendwie wegkriegen sozusagen wir sehen jetzt hier ich verkaufe hier unten 200 oben in der bilanz habe ich aber 105 warum wenn ich hier was eingehe was ich kaufen oder verkaufen will wird es oben im trading account schon abgezogen dass wenn ihr was anderes kauft das nicht mehr angezeigt wird und ihr schon oben seht was ihr nur noch verfügbar habt wenn diese bestellungen hier durchgeführt werden würden einfach so dass es dann wirklich praktisch angezeigt wird was ihr dann überhaupt noch hättet finde ich ganz praktisch weil dann seht ihr wirklich was ihr habt was ihr investieren könnt macht sinn schön ist auch wenn ihr jetzt zu faul seid irgendeinen betrag einzugeben an dem ihr es verkaufen wollt scrollt einfach hier runter sucht euch einen aus und denkt oh ja ungefähr so will ich es verkaufen und dann spart euch eben die ganze eintipperei und dann am ende immer auf set limit oder buy limit gehen und dann wird das ganze eben für diesen preis gekauft oder verkauft wie gesagt ihr könnt auch leute anklicken und es dann kaufen direkt für den preis ihr könnt die anzahl aber noch wählen natürlich ihr müsst ihr nicht alles von dem abkaufen ja kann man auf jeden fall machen und das waren es auf jeden fall die oberen sachen dann hier haben wir die trollbox die ist bitte beachtet diese trollbox nicht unbedingt es sind viele leute die sachen reinschreiben damit gewisse währungen gepusht werden und steigen damit sie es dann selber verkaufen können für viel gewinn glaubt bei was war es so dass leute geschrieben haben ja kauft es wird voll boom und nur weil so viele leute kaufen wollten also weil die nachfrage so groß war ist der werkwert extrem gestiegen weil es eben nicht so viele leute verkauft haben wie es leute gekauft haben wodurch dann alle den verkaufspreis natürlich erhöht haben was so das prinzip ist hier beim handel und schon drauf hören persönlich würde ich was jetzt ernsthaft kaufen weil ich vermute einfach es wird irgendwann wieder steigen und sonst hätte ich jetzt nicht noch mehr davon gekauft als es eigentlich wieder auf einem absteigenden trend war was er noch empfehlen kann im moment ist bcn und xrp wobei xrp wieder ein bisschen zu weit gestiegen ist bcn ist jetzt wieder ein bisschen runter gekommen wird aber denke ich wieder steigen aber ich würde noch bei bcn so ein bisschen warten ganz wichtig je nachdem wann ihr dieses video schaut es kann einen tag später sein und dann kann es schon nicht mehr aktuell sein deswegen glaubt da nicht unbedingt dran kleiner tipp von mir ihr könnt diese währungen alle in google eingeben suchen nach dem kurs oder was auch immer auf vielen seiten steht unten sowas wie bei twitter eben dieser newsfeed da seht ihr dann was die so vorhaben was die machen wenn es da steht ja wir wollen sie in europäischen markt integrieren oder da und da wollen wir es jetzt als bezahlmethode angeben dann könnt ihr euch eigentlich relativ sicher sein dass diese währung sobald es gemacht wurde und sie auch dafür genutzt werden kann dass diese währung an wert zunimmt also dass diese währung dann ja eben mehr wert hat weil man mit ihr eben überall also an mehr orten bezahlen kann dadurch steigt natürlich der wert der währung nicht immer natürlich je nachdem wo es durchgeführt wird aber man kann davon ausgehen es wird auf jeden fall in irgendeiner art und weise steigen das mal ganz wichtig hier sehen wir das volumen praktisch gesagt einfach von dem was leute kaufen wollen also wie viele leute kaufen wollen und wie viel verkauft werden wollen von den leuten also praktisch stellt es so vor steht jetzt es werden 5000 was verkauft und es wollen 6000 gekauft werden so ungefähr wird das hier dargestellt und wie genau das jetzt dargestellt wird habe ich mich noch nicht beschäftigt aber ihr wisst einfach wenn der eine Berg größer ist als der andere dann könnte davon ausgehen dass gerade zum beispiel wenn der Berg jetzt höher wäre könnte davon ausgehen dass gerade viel mehr gekauft werden will als verkauft werden will von den leuten diese formulierungen waren gerade ziemlich verwirrend aber ich hoffe das ist soweit ungefähr klar und ja was wäre noch so wichtig soweit wäre eigentlich nichts wirklich wichtig ich habe die auszahlung erklärt die einzahlung wie ungefähr das hier funktioniert bitte tut mir den gefallen versucht euch erstmal mit der demo dran euch damit zu beschäftigen und versucht es einfach zu verstehen bevor ihr irgendwas kauft und irgendeinen mist macht ihr könnt es auch in echt praktisch testen aber nehmt dann extra ganz kleine beträge die ihr investiert und dann sollte das ganze auch kein problem sein kleiner tipp wenn ihr jetzt bitcoin einzahlt zahlt bitte viel auf einmal ein weil ihr habt immer so eine grundgebühr die relativ hoch ist wenn ihr dann viel bitcoin praktisch zur wallet hierher verschiebt auf die seite habt ihr auch so empfinde ich das jetzt so oder so kann es bei mir an dass ihr dann weniger gebühren habt weil diese gebühren es gibt immer so eine grundgebühr die ihr so oder so zahlt und diese gebühren steigen halt auch je nachdem wie viel ihr davon verschickt aber die gebühr scheint weniger zu steigen als wenn ihr es jetzt jedes mal einzeln verkauft also jedes mal einzelne beträge verschickt ist es glaube ich teurer von den gebühren als wenn ihr einfach einmal einen großen betrag verschickt deswegen überlegt euch vorher ihr müsst ja nicht alles sofort investieren aber überlegt euch einfach wie viel will ich vielleicht in zukunft einzahlen wenn ihr es könnt zahlt es jetzt ein aber handelt vielleicht nicht mit diesem ganzen betrag weil ja weil ihr es nicht machen wollt müsst ihr ja nicht aber dass ihr einfach euch ein bisschen diese gebühren spart ich weiß nicht ob es wirklich so ist aber ich glaube es ist so so kam das jetzt bei mir so an ihr könnt ja gerne schreiben wenn ihr es wisst ob das so ist oder nicht aber als ich hierher überwiesen habe sah es für mich einfach so aus ja das soll es auf jeden fall mal gewesen sein zu der seite wenn ihr noch fragen habt bin ich gerne dazu bereit zu beantworten ich kann auch gerne mal irgendwelche sachen schreiben wie ja diese währungen sind im moment vielleicht interessant oder könnten interessant werden also wirklich ehrlich also nicht irgendwie fake sondern wirklich das was ich denke aber klar es sind keine fachmännischen ja ich sagen ihr könnt euch davon ausgehen dass es wirklich eintritt muss man sagen aber es könnte natürlich passieren und ja ich hoffe mal das video hat euch jetzt so einigermaßen geholfen die seite so im grundprinzip zu verstehen ich habe mir selber videos auf englisch angeschaut werde ich sagen die haben zwar alles gut erklärt trotzdem hatte ich irgendwie in meinem kopf noch so ein problem das ganze zu verstehen das dann alles hinzukriegen weil alles so schnell geht auf der seite passt euch einfach ran ihr werdet jetzt irgendwann verstehen ich habe jetzt nach zwei tagen also am ersten tag habe ich mich beschäftigt damit keinen bock mehr gehabt am zweiten tag habe ich es dann immer mehr und mehr verstanden und seitdem ja seitdem komme ich mit der seite gut klar ich hoffe ihr auch wenn es euch gefallen hat gebt gerne daumen nach oben falls es euch nicht gefallen doch gerne nach unten das wäre einfach ehrlich und vielleicht auch warum und was euch vielleicht noch fehlt dann kann ich das ganze einfach ergänzen und verlinken was jetzt nicht unbedingt machen kann ist euch zeigen wie man eine wallet erstellt das solltet ihr selber herausfinden das gibt glaube ich genug videos dafür habe ich im moment einfach nicht die zeit und auch ehrlich gesagt nicht die lust eine wallet erstellungsserie praktisch zu starten weil es gibt ja tausende verschiedene währungen hier vielleicht mal über coinbase aber steht noch nicht sicher ob ich das mal machen werde aber ich kann euch coinbase sehr empfehlen zum ein und auszahlen und zum verkaufen und verkaufen und verk kaufen und verkaufen von bitcoin und ether ich persönlich habe da mein also ich habe da meine bitcoins und meine ether gekauft ihr könnt einfach mit euro euer bankkonto hin überweisen wird alles auf der seite erklärt wie das geht und und dann könnt ihr eben schon das ganze dann in coinbase wenn das geld da ist von der euro wallet ist in die bitcoin wallet in die etha wallet in die ltc wallet umtauschen mehr gibt es da noch nicht aber ihr habt immerhin drei währungen mit denen starten könnt mit bitcoin und etha könnt ihr hier alles kaufen jetzt sagt gezahlt ltc ltc ein könnt ihr dieses ltc hier auch wieder zurück in bitcoin oder in etha tauschen wenn ihr wollt also es geht immer praktisch in mehrere richtungen umzutauschen nur so als kleiner tipp und das soll es auf jeden fall gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe es hat euch gefallen und ja bis zum nächsten video und ciao leute